So liebe Leute, in dem heutigen Video soll es mal darum gehen, wie ihr euch von Veganismus befreien könnt, wenn ihr damit Probleme habt. Und zwar gerade gesundheitliche Probleme und das Thema deshalb, weil unter dem vorletzten Livestream war es glaube ich, oder im Livestream jemand gefragt hatte, was ich davon halte, von diesen ganzen Ex-Veganern, die jetzt langsam auf YouTube immer erzählen, wie schlecht es ihnen ging und dann eine andere Ernährungsform ausprobiert haben und denen es dann jetzt besser geht. Und meine Meinung dazu ist, dass das Ganze klar war, dass das irgendwann kommt, dass dann auch irgendwann das Ganze ein bisschen öffentlicher wird, dass eben mehr Leute auch Probleme haben mit Veganismus oder vegetarischem Essen, wie auch immer, oder plant-based, wie ihr das auch immer nennen wollt. Und zwar, und deshalb, weil entsprechend das Ganze ja erst ein Trend wurde, so vor 5, 6, 7 Jahren oder so, die Leute damit langsam angefangen haben und die Folgen davon, wenn man negative Erfahrungen damit hat, das Ganze dauert natürlich. Das Ganze zeigt sich dann erst in 2, 3 Jahren vielleicht, wenn man das dann über die Zeit lang macht, dass dann langsam eben auch Mängel auftreten, dass Probleme auftreten, Entzündungsprozesse auftreten oder sonstige Dinge. Das sieht man auch sehr gut, ihr zum Beispiel am Vegetable Police, wenn ihr euch das mal anguckt, das Video von ihm verlinke ich euch auch drunter. 10 Jahre vegan gewesen und dann Probleme gehabt mit entzündlichen Darm jetzt und so weiter und so fort, hat es nie wegbekommen, hat alles ausprobiert. Und das ist eben auch ein Veganer, den ich eigentlich aufgrund seiner Sachen, die er ausprobiert und seiner, ja, seiner, ich sag mal, sein Nicht-Schwarz-Weiß-Denken eigentlich immer sehr gerne verfolgt habe, um zu gucken, was so da bei ihm so Probleme sind und so. Und er hat jetzt einen Monat lang nach eigenen Angaben eben nur Fleisch gegessen und ihm geht es deutlich besser mit seinem Darm. Also, er hat Probleme bekommen, wahrscheinlich durch die entweder sekundären Pflanzenstoffe oder was auch immer oder die Ballaststoffe, die da drin enthalten sind. Und das sind eben Sachen, die viele Leute da draußen einfach vergessen. Auch die Proteinmenge vergessen viele Leute. Und ja, es kann einen Proteinmangel geben. Das ist keine spezielle Krankheit allgemein, Proteinmangel. Proteinmangel bedeutet, dass du langsam brüchige Fingernägel zum Beispiel bekommst oder dir die Haare ausfallen oder irgendwas anderes nicht mal ordentlich funktioniert. Und deshalb hast du dann einen Proteinmangel auf eine längere Zeit gesehen. Und das steht in den ganzen Büchern auch drin, in den ganzen medizinischen Büchern. Von daher, schaut da einfach mal nach. Es gibt Proteinmangel, liebe Leute. Und deshalb darf man da auch nicht den Leuten immer zuhören, die erzählen, ja, du kannst nur noch Früchte essen, du brauchst gar kein Protein, überall ist jede Aminosäure drin und so. Völliger Bullshit, weil die eine Person, die braucht vielleicht am Tag, weil sie entsprechend den Körper, den Stoffwechsel hat oder vielleicht nicht die Muskulatur hat oder sich nicht viel bewegt, braucht sie halt nur 30 bis 40 Gramm an Protein am Tag. Die andere Person braucht aber deutlich mehr. Die braucht dann eben ihre 100, 120 Gramm Protein am Tag. Das zeigen die Studien eben auch, dass es da völlig unterschiedliche Bandbreiten gibt, was den Proteinbedarf betrifft. Und deshalb sind solche pauschalen Aussagen für jeden eben auch völliger Bullshit. Und wenn du dann erstmal irgendwie einen Mangel hast an irgendwas, weil dein Körper nicht richtig funktioniert, dann kannst du natürlich auch die Folgeerkrankungen bekommen. Punkt Nummer zwei, nur so als Beispiel, um das als Beispiel zu nennen, sind eben die Ballaststoffe. Wenn du eben Probleme damit hast, die Ballaststoffe zu verdauen ordentlich, das bedeutet, du hast nicht die Darmbakterien dafür oder dein Darm reagiert eben völlig anders auf diese Ballaststoffe, sekundären Pflanzenstoffe mit Entzündungen, kommt damit nicht klar, das liegt da nur so rum, kann nicht ausgeschieden werden oder wie auch immer, dann ist das nicht gut für dich. Und dann bekommst du halt diese Probleme und wenn du dann eben mit diesen gesundheitlichen Problemen an irgendeinen veganen Kanal jetzt rangehst und sagst, ich habe hier die und die Probleme, dann heißt es meistens immer nur, ja du machst das noch nicht lang genug, ja reicht nicht, das musst du mindestens fünf Jahre machen und 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 das macht die Leute kaputt. Und deshalb auch diese Studie hier zum Beispiel, wo dann eben auch gezeigt wurde, wenn man jetzt mal verschiedene Ernährungsweisen vergleicht, Vegetarismus hier wurde herangezogen, verschiedene Abstufungen, also auch hier Lacto-Ovo-Vegetaria und was weiß ich nicht was, die sich dann entsprechend auch mit Carnivore hier verglichen haben, dass dort eben sehr viele Essstörungen auch entstehen, solche Dinge. Und das sind Sachen, die muss man eben dann auch bewusst auf dem Schirm haben, wenn man Leuten irgendwas erzählt, dass es eben dazu kommen kann, dass die Leute damit Probleme haben, weil was ich mache, muss nicht für 100% der andere Leute eben passen. Und Veganismus ist anscheinend, und das sehen wir eben an diesen ganzen Rückmeldungen der Veganer, der Ex-Veganer, dass es eben für viele gesundheitlich überhaupt gar keinen Sinn macht, vegan sich vollständig plant-based zu ernähren, weil sie mit den Pflanzen eben Probleme haben und damit nicht zurechtkommen. Weitere Punkte, die auch hier jetzt angesprochen wurden, gesundheitlich gesehen, sind zum Beispiel solche Sachen, dass in den ganzen Studien, wo Veganer oder Vegetarier eben auch immer besser dastehen, dass da viele Sachen einfach nicht berücksichtigt werden. Und das wurde hier eben auch mal so ein bisschen besprochen. Sie haben generell zum Beispiel einen deutlich günstigeren BMI, das bedeutet, die sind relativ schlanker, sie haben höheren sozialen Status, das bedeutet, sie sind besser gebildet und solche Dinge, oder sind halt gesundheitlich interessierter. Sie rauchen nicht, sie trinken nicht, sie bewegen sich mehr, solche Dinge. In einigen Studien wird das dann berücksichtigt, wenn wir uns Korrelationen angucken, da wird dann Rauchen und Trinken mal rausgerechnet, aber dann ist die Bewegung trotzdem wieder nicht drin. Solche Sachen, und wenn man jetzt alle Punkte mal berücksichtigt, gibt es eben keine großartigen Unterschiede. Ganz im Gegenteil, die Vegetarier hier haben dann doch eher mehr Probleme als die Omnivore oder die Karnivore, die sich eben hauptsächlich mit Fleisch ernähren. Und das sollte man dann eben auch auf dem Bildschirm haben. Also nicht nur, dass der Vegetarismus oder so oder die ständige Auseinandersetzung dann eben mit dem Essen oder dieses dogmatische Denken dazu führt, dass du eben eine Essstörung bekommst. Nicht nur das, sondern anscheinend ist es auch so, dass diese Leute auch tendenziell mehr Medikamente nehmen oder mehr Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und da frage ich mich auch immer, liebe Rohkost-Veganer, wie auch immer, mit euren Kanälen, warum zum Teufel muss ich denn noch Chlorella nehmen, Gerstengras nehmen, Vitamin C nehmen, OPC nehmen, hier nehmen, da nehmen, muss da 150 Euro im Monat ausgeben für irgendwelche liposomalen Sachen? Ist die Ernährung nicht gut genug oder warum? Überlegt jetzt mal ganz genau, warum sind es meistens diese Kanäle, die um sich herum noch tausend verschiedene Supplemente stehen haben, Obwohl sie doch eigentlich die perfekte Ernährung machen. Irgendwie schon so ein bisschen komisch, wenn man sich das dann anguckt. Hm, natürlich wollen die nur Geld damit verdienen und das Zeug verkaufen, aber da solltet ihr schon mal ein bisschen hellhörig werden. Also scheint doch eher eine Essstörung zu sein, wenn ich dann eben noch auf tausend Supplemente angewiesen bin und mich da verrückt machen lasse. So, generell kann man eben sagen, auch wenn man das mal hier so vergleicht, wenn wir uns mal die Tabelle hier angucken, mit verschiedenen Krankheiten zum Beispiel, wenn wir hier Vegetarier nehmen, die in der Mitte lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor und Carnivor am anderen Ende der Fahnenstange quasi, dass es so ist, dass eben viele Krankheiten, dass es da keinen großartigen Unterschied oder Vorteil gibt, wenn du jetzt das Fleisch rauslässt. Also völliger Bullshit, das immer zu behaupten, dass das Fleisch für alles verantwortlich ist. Erstmal das natürlich. Und du hast sogar bei einigen Sachen hast du, bei Krebs zum Beispiel hier oder irgendwelchen anderen Sachen, hast du meistens sogar die Vegetarier viel schlechter dastehen. Könnte vielleicht daran liegen, dass man bei den ganzen Supplementen, Nahrungsergänzungsmitteln oder auch Medikamenten und solchen Sachen vielleicht auch Nebenwirkungen hat, die dann auch dazu führen, dass man eben, was weiß ich, Bluthochdruck hat oder so. Aber generell, ob du dich jetzt Carnivor ernährst oder vegetarisch oder vegan, gibt es da keine großartigen Unterschiede in diesem Fall. Was am Ende dabei einfach rauskommt, ist, wenn man alle Punkte berücksichtigt, ja, also dass die, wenn du wirklich gesunde Vegetarier oder gesundheitsbewusste Vegetarier mit gesundheitsbewussten Carnivoren quasi vergleichst, dass es da eben nicht die Unterschiede gibt, außer dass natürlich die Leute, die da extremes Denken auch haben, in eine Essstörung natürlich reingeraten. Also erstmal dazu könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Das ganze Teil hier ist auf jeden Fall mal eine interessante Sache, das sich mal in deinem Weltbild halt ein bisschen einzuflechten. Also wie gesagt, ist natürlich nie ein absolutes Ding hier, diese Studie, aber trotzdem mal so als Anreiz nachzudenken. Für euch sollte das einfach nur bedeuten, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wenn ihr Darmprobleme habt, wenn ihr die ganze Zeit, was weiß ich, Haarausfall habt, Ausschlag habt, schlechte Zähne auf einmal habt und solche Sachen, dass ihr dann einfach mal überlegt, wenn ihr jetzt euch vegan ernährt oder irgendwas anderes macht, könnt ihr euch auch Low Carb beschissen ernähren, ganz klar. Dass ihr dann mal überlegt, okay, vielleicht ist das doch nichts für mich, vielleicht kommt mein Körper doch nicht mit den Ballaststoffen klar, ich möchte doch nicht so aussehen wie Dr. Greger in 20 Jahren, dann mache ich doch lieber irgendwas anderes. Also kann mir auch keiner erzählen, dass der zum Beispiel gesund aussieht, dann würde ich doch lieber zu Max Hissen tendieren, vom Aussehen her, als zu Dr. Greger. Wenn man das jetzt mal so auf solche Sachen, auf solche Ebenen runterbricht. Und wenn ihr keinen Mangel haben wollt, gut, über Vitamin B12, Vitamin D, kann man sich streiten, soll jeder einfach nehmen, ja, aber der ganze andere Rest, wofür brauche ich das? Wenn ich doch keinen Mangel habe mit dieser Ernährung, wofür brauche ich denn das ganze Proteinpulver? Dann angeblich, was die Leute dann noch zusätzlich nehmen. Warum? Warum muss das sein? Warum muss ich so ein Sun-Barrier-Protein für, was weiß ich, 50 Euro oder was das Kilo da kaufen, wenn es doch alles irgendwie möglich sein sollte, durch das ganz normale Essen zu decken? Scheint anscheinend nicht so zu sein. Warum ihr das natürlich nicht mitbekommt, diese negativen Effekte. Und deshalb sind diese Veganer, diese Ex-Veganer, die sich jetzt natürlich auch melden, eine ziemlich gute Sache. Ist einfach, weil ihr natürlich auf den Vegan-Kanälen, die damit ihr Geld verdienen mit dem Vegetarismus oder Veganismus oder wie auch immer, dass die natürlich, sobald sie jetzt irgendwelche negativen Berichte haben oder erzählen oder negative Erfahrungen an sich selber erzählen, dass sie jetzt Bauchschmerzen hatten oder was auch immer, dass da natürlich irgendwie so ein bisschen so der Hype, die Glaubwürdigkeit und so weiter verloren geht an diesen Kanälen. Das heißt, ihr bekommt das gar nicht mit, wenn die Leute irgendwelche Probleme haben. Und deshalb solltet ihr euch vielleicht dann auch an solche Ex-Veganer oder solche Erfahrungsberichte mal halten, mal durchlesen. Was ist denn bei denen Sache gewesen? Und wenn dann einfach einer erzählt, ja, der hat ja gar nicht wirklich vegan gemacht, der sollte einfach noch mehr essen oder wie auch immer. Aber, ja, gerne auch eure Erfahrungen unten drunter und wenn ihr Lust habt, mal auch so ein Video zu machen, euch eure Erfahrungen zu erzählen als Ex-Veganer oder wie auch immer oder Ex-irgendwas, was auch immer ihr gemacht habt und das dann geändert habt, wo ihr rausgekommen seid aus so einem Teufelskreis, aus einer Essstörung oder so, könnt ihr das gerne machen. Dann machen wir auch gerne mal ein Video so darüber, um vielleicht anderen Leuten auch mal so ein bisschen zu helfen. Und es sind eben viele Punkte, die dann auch nicht berücksichtigt werden. Zum Beispiel die Kalorienbilanz, dass die Leute deutlich wenig Kalorien essen, weniger Kalorien essen mit dieser Ernährungsform, weil sie auch nicht mehr runterbekommen oder wie auch immer. Dann hauen sie ihre Schilddrüse halt in den Keller und solche Sachen und dann kommt das eben nach und nach, dass man da weitere Probleme entwickelt und das dauert ein paar Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich ernähre mich jetzt sechs Monate vegan, ich fühle mich super. Das muss nichts heißen. Aber jetzt sehen wir eben langsam nach und nach auch die Probleme da draußen und die sollte man eben auch wahrnehmen und mal überlegen, was man eben daraus ziehen kann. Also für euch nur mal so als Anreiz, wenn ihr Probleme habt mit eurer Ernährung, überlegt einfach, ob es dann das Richtige für euch ist, ob ihr nicht irgendwas anderes machen wollt oder ob ihr nicht herausfinden wollt, woran es jetzt genau liegt. Das war's. Daumen hoch dafür. Schaut unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Discord-Channel. Da könnt ihr auch eben Veganismus, Vegetarismus, Carnivore. Gibt es verschiedene Themenbereiche, wo ihr Fragen stellen könnt, Erfahrungen austauschen könnt und so weiter. Oder auf Patreon gerne unterstützen für weitere Informationen, die nicht auf YouTube kommen und solche Sachen. Auf jeden Fall ein paar interessante Dinge dabei. Ansonsten bis zum nächsten Video. Eure Erfahrungen unten rein. Ansonsten auch gerne kommentieren für den Algorithmus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Erfahrungen. Eure Erfahrungen. Eure globale. Alt textx. Bis zum nächsten Mal. Euch bis zum nächsten Mal. confessed er iets der Unterschiede vor. Eure Ukrain, leider nein, eines der embryon100er. Dபடura Presentand eine gute Gaudentüre hoch? Vielen Dank.